Eine natürliche Lippenbehandlung durch Facharzt für plastische ästhetische Chirurgie ist die Grundlage für ein schönes und ästhetisches Aussehen, ohne Lippen zu bekommen, die nach einem gemachten oder einem künstlichen Eindruck verschaffen. Und deswegen kommen die Patienten auch zu uns, damit wir solche gewünschten und ästhetisch ansprechenden Lippen produzieren und dementsprechend wird hier das auch in diesem Fall auch so durchgeführt.